Was war, fangen wir drauf. Wo haben wir einen Bruder von der Roten? Das ist... Der Rote, ist das die Mutter? Ja. Und von dem Roten ist das die Mutter. Mit welchem Vogel? Mit der eine Rote, die hast du schon mitgenommen. Ah ja. Die Rote hätte normalerweise bei dir bleiben müssen. Weil das super Tauben sind.